Wir spendieren euch noch einen gut gebauten, feierwütigen Typen. Ich bin Danilo, 24 Jahre alt und komme aus Villingen-Schwenningen. Grüß Gott, Danilo. Freu dich auf ausgehungerte Mädels. Hast du Bock? Ja, natürlich habe ich Bock. Oh, da kommt jemand. Hallo. Grüßt euch, hi. Komm her rein. Oh mein Gott. Hi. Alles gut? Hi, Danilo. Hey, wie geht's denn? Wie geht's? Was machst du hier? Ja, das ist voll spontan. Null bin ich hier gerechnet. Oh mein Gott. Danilo ist hier. Gut, die kennen sich jetzt. Ja. Okay, perfekt. Er ist mega, 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 mega. Mein Wunsch wurde erhöht. Gern geschehen. Wow. Dein Geschmack. Super. Stempel drauf. Nein. Gina braucht deinen Dick. Nein, sag das nicht mit mir im Interview. Eww. Danilo ahnt nicht, dass er im Fadenkreuz von Ginas automatischer Zielerfassung steht. Ein Entkommen ist praktisch unmöglich. Also heute wird getrunken, ne Yassin? Ja. Mit dem. Eigentlich bin ich gar nicht der. So genussweise. Gut aussehener Typ, Sunny Boy. Mega sympathisch. Richtig, oder? Würde ich sagen. Vom Vibe her super cool, mega entspannt. Schön, ja. So wie die sich vermehren, wird der Esstisch langsam zu klein für die Family. Ist schon eng hier. Danke. Finde ich geil. Achso, ich kann auch ein bisschen... Nein, finde ich geil. Hallo, finde ich geil. Hast du gehört? Ja, komm mal, Nea. Hä? Was? Nea? Ich bin doch da. Ja, okay. Was bringst du denn so? Eigentlich nicht so viel, aber... Kannste hier knicken. Also Leute, ich würde es echt freuen, wenn wir es heute wieder schaffen, dass jeder kotzt. Geil! Yassin halt. Habe ich schon unterledigt heute. Haben schon ein paar gekotzt auch. Ja, ja. Echt? Ich die ersten sechs Tage durch. Die haben mich so wirklich sehr liebevoll empfangen. Und wir haben schön gegessen, viel geredet mit fast allen. Mit den einen oder anderen muss ich noch ein bisschen sprechen, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl. Was sagst du zu dir? Ist doch gut. Ja. Ja. Mega entspannt. Verdammt gut aussehen. Und wie schätzt du den so ein? Voll korrekt. Voll ruhig. Lieb. Machst du denn ehrliche Einladung? Mhm. Glaubst du, das ist zu lieb für uns? Kann schon sein, ich weiß es nicht. Ich finde den auf jeden Fall gut. Kannst du ja immer so ein bisschen fragen, wie du gut fühlst. Ja, ja. Soll ich dir ein bisschen Vorlage machen? Ja, ja. Was heißt Vorlage? Aber ich will schon... Guck mal. Ja. Aber du findest gut? Hä? Du findest gut? Voll. Also Reiko, aber ich dachte... Ja, dann greif halt mal Antiger. Hansen! Die Offensive rollt. Gina präsentiert ihr Angebot, um Danilo per Hüftschwung in die Wehrlosigkeit zu hypnotisieren. Yassin unterstützt von der Flanke her. Gibt es ein Wiedel, wo du sagst, okay, es schaut schon gut aus? Ja, Gina ist schon ganz gut, würde ich mal sagen. Sie gibt sich ja auch alle Mühe. Oh Mann ey! Ich hoffe, dass ich gut ankomme. Also... Ich weiß es nicht. Da muss ich die mal nachher fragen vielleicht. Ich weiß es nicht.